Wie war Heinrich der Zweite? Heinrich wollte das zuerst mit einer Erhebung zur Erzdiözese lösen, doch dagegen stellte sich der zuständige Metropolit in Mainz. Als Argument wurde nun die Slavenmission im Osten eingebracht. Heinrich setzt ab nun ein neues Mittel ein. Er warf sich, wenn Verhandlungen negativ ausgehen könnten, von nun an vor den Bischöfen auf dem Boden. Die Versammlung lenkte also ein, der Papst stimmte zu, zum ersten Bischof machte er 1007 seinen Kanzler. Gerade dafür wurde Heinrich 1146 heiliggesprochen. Die italienischen Angelegenheiten konnten nun nicht mehr aufgeschoben werden. Heinrich stand an der Schwelle zum zweiten Jahrzehnt seiner Herrschaft und war noch nicht in Rom zum Kaiser gekrönt worden. 1012 kam es in Rom zu Auseinandersetzungen über die Papstwahl. Zwei Männer wurden gefehlt, wovon einer bei Heinrich Schutz suchte. Anfang des Jahres 1014 war er in Bavia und Ravenna. Am 14. Februar wurden er und seine Ehefrau Kunigunde schließlich vom Papst Benedikt VIII. in Rom zum Kaiser bzw. zur Kaiserin gekrönt. Der Papst schenkte ihm aus diesem Anlass einen goldenen Globus und ließ ihn von zwölf Senatoren, sechs Bärtigen und sechs Bartlosen, in den Petersdom geleiten. Allerdings blieben römische Konflikte virulent, denen sich der neue Kaiser durch Abwesenheit entzog. Ostern verbrachte er wieder in Bavia, Pfingsten in Bamberg. Es war schlicht zu wenig Zeit, um in Italien wirklich ordnend etwas bewirken zu können. Zurück zu Hause warteten die gewohnten Probleme der Adel und Polen. Mit Poleslaw konnte 1018 ein endgültiger Frieden geschlossen werden. Er zementierte die Verhältnisse. Im nächsten Jahr unterstützten 300 sächsische Krieger dafür Poleslaw gegen die Kiefer Russ, was große Geschenke einbrachte. Gerade die Bedrängung aus dem Osten dürfte der Grund für Poleslaw gewesen sein, den Frieden zu suchen. Die letzten Regierungsjahre Heinrichs waren vom Konflikt zwischen ihm, quasi als Bayern, und den Sachsen geprägt. Untertitelung des ZDF, 2020